hallo und herzlich willkommen zurück zu entschroudet ich habe mir das mal angeguckt macht er die besseren rüstungen ja ich habe das hüter setner parierkraft bonus punkte für physische rüstung dann hält er die rüstung wahrscheinlich länger zwei block 45 lebenspunkte und zwei gesundheitsregeneration wenn ich aber auf das abenteuer set gene habe ich 13 prozent kritische nahkampftreffer okay plus 120 prozent lebenspunkte und drei prozent nahkampf schaden noch mal 45 lebenspunkte und gesundheitsregeneration also warum mache ich das nicht weil ich ja keine kupferbarren habe warte mal leinen leiden ist hier leinen drin ne ne bruch flachs ich werde mal flachs ein bisschen ernten wo haben wir hier noch flachs irgendwo angelegt ich hoffe doch wo allein wo war flachs lachs 80 setzlinge habe ich okay dann kann ich den komplett glaube ich mal ernten das ernte das ich setzt ihn dann noch mal neu ja im auf so doch zwei flachs um einen leinen zu machen sehe ich das richtig genau wie viele leiden habe ich gebraucht für die rüstung mehr so wir gucken noch mal abenteurer sind 8 10 16 leinen 16 leinen das wird aber jetzt eng oder warte mal hier 16 leinen raus ne ne 26 auf jeden 12 ja reicht gerade so nein ich will mit dir reden das muss umgebaut werden ich muss die burg fertig bauen man abenteurer seit was brauche ich dann noch kupferbarren ein wohl wenn ich den helm benutze der hat sechs parierkraft und der hat ich mache den ein kupferbarren vier kupferbarren fünf kupferbarren sieben kupferbarren und acht kupferbarren okay acht kupferbarren warte ich muss noch mal kohle machen habe ich irgendwo holz drinne holz holz hier ne ok 250 holz pack ich mal hier rennen damit hier ein bisschen kohle gemacht wird oder brauche ich brauche ich brauche ich denn kohle ne hier nicht kommt ihr dahin da muss kohle rinnen ich brauche kupferbarren ne komm weg mit dem holz ähm ein holz da zack ok ähm wir brauchen jetzt mal alles reparieren bitte so dann brauchen wir kupfer 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 und ich glaube kupfer war hier oben ne ist die ehrwurzburg was haben wir denn überhaupt noch an aufträgen am start feuerstelle jaja ja den kopf ja höhlen kuriositäten ok nee wir gehen jetzt nach oben und zwar hier ganz nach oben weiß nicht warum das bei anderen leckt bei mir läuft das total flüssig wenn ich in der karte drin bin ja da sind wir warte ich habe keine dietrich hier glaube ich ne warte warte dietrich hab ich dietrich hier ne hab ich nicht ah hallo mach mir mal bitte ein bisschen dietrich hier dietrich hier wo sind sie da dietrich mach mal nur ich mach mal nur 10 ich hab jetzt insgesamt 40 verloren deshalb mach ich jetzt nur mal 10 hier war das gebiet damit vermächtnis fragebuch ok da steht nix von da steht nix von kupfer aber ich glaube das war hier oben das muss hier oben sollen da immer mal dahin so wir haben nämlich eine kupfer spitze aber dass die richtung oder was die andere richtung warte warte äh nee das müsste irgendwo hier sein ne war hier das kupfer war das da hinten oder was da ne ne ich glaube die richtung war schon richtig ne da hinten leuchtet schon was aber ich glaube nicht dass es kupfer ist das ist wohl eher das ist wohl eher warte 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 nein das wollte ich nicht das hier wollte ich hier warum weil hier nix rauskommt ok gut doch zwei harz genau vier harz sogar kein kupfer ne kannst du mal hoch warum macht er keinen doppelsprung ich hätte außen rum was soll das hallo pilz das hier kupfer das ist ton warte punkt 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 ist jetzt kupfer hin bin an der höhlen passage warte das war in die richtung das war noch mehr in die richtung das ist das da unten gibt es hier ein fernglas ne oh oh ja genau ich habe ich nicht gewollt kein kupfer es ist mehr im norden dann sollte ich vielleicht auch richtung norden gehen die bräuchte sowieso jetzt hat er mich erwischt erwischt ok guck mal jetzt finde ich kamille ohne ende als ich es gesucht habe war es nie da rehe ja sowas ähnliches wie rehe war denn jetzt hier kupfer ach guck mal da ist doch kupfer äh moment moment bevor ich da reinklopfe besser ist das ne und weg mit dem kupfer ok ich mache mal ein bisschen kupfer weg bis die spitzhacke platt ist und dann sehen wir uns weiter bis gleich ok die spitzhacke ist kaputt wir gehen wieder zurück das war hier so kurz oberhalb von der höhle ab nach hause ich habe keine ahnung wie viel ich jetzt gefahren habe also bis die spitzhacke kaputt war ja gut aber mehr wenn ich dazu nicht sagen so erstmal wieder alles reparieren dann kommt hier kupfer rin ähm wie viel ist es 50 nur ach ne 60 60 kupfer 60 kupfer sind alter äh 30 kupfer bachen 30 kupfer ja das sollte reichen äh brauchen wir noch ein bisschen kohle nein kohle kohle hier holz ähm ne bitte kohle machen so mit holz macht ihr das jetzt ich brauch 17 holzscheide ok gut so kommt hier die kohle rin nochmal zack ok ich habe euch noch mal ein bisschen kohle das war ich glaube hier drin ähm nein ich nehme mal die 84 holz raus und pack die dahin so reicht das holzscheide und erde also ich verstehe noch nicht warum 17 holzscheide und 3 erde das gibt 15 kohle später noch mehr holzscheide da habe ich noch ja 250 ne mache ich jetzt nicht das muss reichen wir sind ja 50 kohle drin oder 30 20 20 brauche ich 20 ok es sind 40 drin dann brauche ich halt noch ja 20 kohle sollte gleich soweit sein ok ok schauen wir mal 10 kupferbahnen das wird nicht reichen wir brauchen was dachte ich helfe oder so aber von kohle und kupfererz haut gerade noch so hin ok also komm her digger so warte ich muss hier erst nochmal die leinen rausholen oder das leinen die leinen so abenteuer was etwas fehlt kohle okidoki kohle die auch fertig 15 kohle habe ich das ob das reicht wir werden es gleich sehen so war abenteurer seit ich würde erstmal das hier mit 120 lebenspunkte machen das würde ich zuerst bauen wollen so die handschuhe mit beikampf nahkampf nahkampf schaden und es ist bei ihm hier plus zwei block na gut ich block ja eh nie okay dann würde ich das auch bauen die hose hat plus 45 lebenspunkte und die hose hat auch 45 lebenspunkte muss ich die dann bauen ne brauche ich gar nicht ne brauche ich nicht die schuhe haben gesundheit und wir die schuhe haben zwei gesundheit beim hüter set haben sie auch zwei gesundheit also eigentlich brauche ich die schuhe auch nicht okay gut beim helm ist es parierkraft und abenteuer set ist es ja chance auf kritischen naja aber der helm sieht kacke aus ist egal ich mache den helm so dann ist es halt eine verbindung aus verschiedenen sachen und nämlich j charakter ist n kann man das nicht merken so warte hier würde ich gerne den helm anziehen ach nee oder lasse ich den parierkraft kritischer nahkampf schaden er wurde eigentlich ja müsste ich den nehmen okay gut mhm brustplatte war auf jeden fall klar weil das gibt hier 120 lebenspunkte und ohne punkte für physische rüstung ich weiß nicht wie sich das auswirkt und so dann handschuhe ich gemacht ne der gibt nahkampf schaden zwei block nahkampf schaden ist klar so was fehlt noch die hose habe ich gesagt mache ich nicht und die schuhe auch nicht ne ok warte mal hier waren die rüstungsteile drin so hüterhelm war eine gute idee hat sich aber im endeffekt als doof erwiesen endlich wenn ich jetzt mal guck oben seht ihr das warte wie mache ich das wie mache ich das denn ne das seht ihr nicht da oben links guck mal wie viel leben ich jetzt habe ist ja hammer oder äh aus gut 27 minuten ja dann brauche ich einfach nur da hinlaufen so ok was haben wir noch im inventar was unnötig ist ja vieles ne ok wir reparieren erstmal alles dann packen wir wo mache ich die dinger rennen warte was kann ich hier rein tun also die kupfer bachen wie kann hier rein die kohle die packe ich nun mal hier in den ofen ne ok das leinen wie leinen ne das leinen kommt nochmal hier hin ok so und dann würde ich mal behaupten sieht das gar nicht mal so übel aus der helm der hohen den gut die stiefel passen jetzt irgendwie nicht dazu aber oben viel mehr leben das brauche ich ganz wichtig ich brauche das ok dann bedanke ich mich für das zuschauen wir sehen uns morgen nochmal bis dahin gehabt euch gut und tschüss